Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Smite! Heute mit dem allseits beliebten Woppy! Moin Moin! Moin Moin! So! So, der Woppy ist Leader! Ach, der Game Leader! In Kribby, wo sind wir denn hingegangen überhaupt? Ich bin jetzt in Casual und dann Arena. Casual, Arena, in eine Minute zwanzig, okay. Da müssen wir einen Win rausholen, hier, First Win, das gibt irgendwas. Genau. Ja. Der Woppy ist voll der Profi. Aber es verdient auch irgendwas, ne? Naja, klar. Woppy ist voll der Profi, genau wie ich. Der hat noch ein Spiel weniger. Ein Spiel? Ich habe erst drei gespielt. Ja. Wie drei gespielt? Ja. Mir war es noch nicht wert. Ja, ich habe ein Spiel gegen menschliche Gegner gemacht. Und wie viel du? Null. Also habe ich eins vor. Du hast aber immerhin schon mal ein paar Bot-Spiele mehr als ich. Oh, die waren ja auch so schwierig. Also Leute, gegen die Bots könnt ihr wirklich nur üben, wie ihr euch bewegt. Gegen Spiele ist was ganz anderes. Ne, ne? Woppy. Jetzt frisst er noch Chips. Er frisst. Er frisst. Okay, er frisst keine Chips. Ja. Was soll das denn? Das gibt's ja wohl gar nicht. Er ist gesund. Ja, ja, gesund. Gut für die Figur. Oh, ja. Kannst du mal auf Rollen, brauchst nicht mehr gehen. Hervorragend. Ja. Ja. Ein Auto hat auch Rollen und keine Füße. Ja, da musst du aber noch einpassen. Ja. So. Drei Sekunden. Dann geht's los. Und? Und? Ja. Ja, ich akzepte. Natürlich. Hoppy, los. Accept. Habe ich. Habe ich. What? Verdammt. Was dauert denn da denn hier so lange? Ich muss meinen Typen kriegen. Sonst stehe ich natürlich ziemlich dumm da. Ha, ne, mach mal just. Eins vor seins. Selbstverständlich. Wo ist man üben hier? Nein, what the fuck? Üben hier. Habe ich? Habe ich ihn gelockt? Yes. Üben hier. Alle da. Sehr gut. Wer bist du? Hinten die... Die Hindu-Brau. Die Hindu-Tante, die gerade gehüpft ist. Okay. Das ging ja auch echt scharf aus. Außer, dass sie halt zwei Arme zu viel hat. Ja, wieso? Der ist flexibel, Robby. Stimmt. Ja. Ha, 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 ha. Lass uns das so sehen. Obwohl, die Utensilien diese Weile kannst du auch zu Hause lassen. Ja. Ha, 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 ha. Siehst du irgendwo das Level der Mitspieler? Ne. Das würde dich ja interessieren. Hoffentlich sind die genau so schlecht wie wir. So. Natürlich, die haben auch ein Ümir. Die haben zwei Tanks. Der Sobek ist ein Tank, der Ümir ist ein Tank. Gesundheit. Der Thor ist dieser, äh, äh, Bruiser anstatt Cruiser. Der Anur, der macht auch Schaden an Nubis. Kennst du ja. Hm. Und wir sind... Akuntor. Ümir. Ah, äh, hey. Darf ich noch vorlesen oder was? Ümir ist hier. Sag deiner das auch? Ne. Komm, du kriegst eine vor die Gurke. Du Gartenzwerg. Ümir ist hier. Dann bin ich ja schon wieder Level 3. Ho. Attack Middle Lane. Da kommen sie schon. Na, wo wollt ihr denn hin, ihr Stinker? Ein Ranch in unser Leben, verdammt. Kriegt ihr den? Ne. Ich krieg ihn, 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 ich krieg ihn. Okay, den Sobek zerhauen wir mal. Zahacken, 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 zahacken. Jawoll, richtig geil. Das fängt ja richtig gut an. Jetzt kriegst du eine mit auf den Weg. Und der nächste. Und den Ümir hier, den Ümir. Ich muss weg. Okay, ich glaub ich auch. Ich hol's mal nach Hause. Mhm. Hepp, 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 hepp. Zack. Los, mach voll, mach voll, mach voll, Chef. Mach voll. Weiter geht's. Ich komme, wartet, wartet. Du kannst ruhig so einhaben, wenn du willst. Ha, 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 ha. Kann ich auch. Und go. Pass auf, pass auf. Wuppi, du bist der Einziger, der ziemlich mit vorne ist. Ich schirm dich mal ab. Danke, danke. Jaaa, das Popo gerätet was. Das ist ein Teamwork. Sehr geil. Jaaa. Zieh ab. Weg weg. Der Ümir. Weg 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 weg. Verdammt. Ich bin platt. Ich habe sie gekriegt. Hätte ich nicht so gierig sein sollen. Oh, 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 oh. Wuppi! Jagdred OWN. Das ist toll. Ein Sohn hat sich besch geschafft. Jaaa. Kuss auf. Mein Blatt. Den fucking Sobek da. Nein, ich hätte weggemusst. Aber auf die Frist, gott sich. Los go! Nicht fressen! Ämpfen! Auf dem Schlachtfeld frisst man nicht. Den die Typen wegmachen. Tschüss. Sehr schön. So, der könnte runter. Der ist schön. Weg, 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 weg. Kann man nach hinten gucken irgendwie? Nee, ne? Jawohl. Noch ein Stück weg. Weg, 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 weg. möchte. Wer geht's da? Sauber. Jetzt sind wir aber auch noch platt. Jawoll, weg! Ah! Aber sieht gut aus würde ich sagen, oder? Joa! Also mir gefällt die auch echt heftig, die macht echt viel Schaden. Wie, hallo! Ich bin leider tot. Los! Ich hab erst einmal gestorben, yeah! Ich leider öfters. Jetzt töte ich sie alle! Weg damit, jawoll! Weg damit, jawoll! Und du auch! Weg damit, jawoll! Und der nächste! Loll! Die will die auseinander! Wie geil ist! Hau'n um! Verdammt! Weg, weg, weg! Zurück, zurück! Weg, Poppy! Ah ne, bist du ja gar nicht! Doch! Biss ja! Ira! Willi Gurke. Du müsst vorzuhn den anderen. BAM OZA, wie geil Das war so was von Laune Haha Was ist das, der nächste? Warte Ich hab keinen Wander mehr, leider Ich hab gepisst Jetzt fiel mir zurück Bist du hinter dir, ja? Ja Da hat er Jetzt haut er ab Ich krieg den hin, ich hab keinen Manner Bobby, hau ab, ich hab keinen Manner Ja, aber ich bin weg Ab nach Haus Ist er noch hinter mir? Nein Oh, lecker Sehr schön, sehr schön Komms Jawoll, und denn jetzt der? Lieber Weitere 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 Mist Jawohl, weg, 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 Boppy Nee, ich hab den noch abgeschirmt ohne Ende Ich brauch Mana Aber das sieht sehr gut aus Das sieht nach einem richtig fetten Wind aus Willst du, oder? Wow, das sieht doch so ein Schaden aus, ne? Jo Hohohoho Hohoho Ho 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 Dochh Mann da das ist alles was ich brauche Pass auf ob hier hinter dir Schuss weg Oh, ich bin auch mal kurz weg B Die ist heftig Mein Übel gefällt mir auch saugeil Die Schadene macht Unglaublich Ja Und ja, ich kann da so ein Massen reinspringen Und das ist völlig egal Weil das halt ja so Weil die Leute müssen ja selber zielen Das ist ja das Geile Genau, das ist das Geile Das ist der Unterschied halt Zum Beispiel auch dieser Anisysrad, der ist so schlecht Weil der trifft zum Beispiel mit seinem Single-Damp Der trifft gar nichts Ja, der muss echt durchgehen Ja, einfach nur hinter die Schwellen die ganze Zeit weghauen Oh, Doppelkill mal zwei Doppelkill mal eins Assisted 23, Playerkill 10 Ich hab einen Doppelkill, Assisted 36 Ja Oh, ich, oh, wie viel haben wir? Na, ich hab vier Kills 36 Assists 36 Bass Die meiste Kohlen Nee, gar nicht mal Der Akum hat noch mehr Kohlen gemacht Nee Gar nicht, der Kali Das bin ich Ach, der Boppi Die meiste Kohlen 13 zu 1 23 assist richtig geil 1 Triple Kill und 2 Double Kill hohohoho ja das Leute war doch mal fette Action trotzdem der Wobby nur gefressen hat man kann hier auch das Level leider nicht sehen, schade Board Player, Block Player, Add Friend ne, sieht man nicht ja, das würde mich auch interessieren weil die Typen an Level waren, na egal auf jeden Fall war das ein echt geiles Match werden noch viele weitere folgen habe die Erde, tschüss tschüss